So, Moin Moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einem Video. Heute, ja, reden wir mal kurz über YouTube und über Ovid. Erstens geht es über YouTube. Ja, ich habe vor einigen Minuten, oder vielleicht auch, ja, einigen Minuten, so, circa 30 bis 40 Minuten Video hochgeladen, Livestream der G3-Stunden. Gut, was war? Ich wollte mit einem anderen Account rein. Wollte mir das anschauen. Wegen das anderen Account, das hat einen Grund, weil ich mit diesem Account nicht immer die Videos selber anschauen kann. Da steht, das eigene Videos ist in deinem Formatkanal oder keine Ahnung wie, nicht verfügbar. Also ich kann mir das selber nicht anschauen. Ich weiß nicht, warum normal ist, müsste das gehen. Aber wenn ich es natürlich schneide und alle Skitters. Und, ja, das Problem ist jetzt, wo ist das Video? Ich weiß nicht, ich gucke auf meinem Kanal mit meinen eigenen Account. Und, ja, das Video ist weg. Gehe ich mit meinem anderen Account wieder rein. Klicke ich auch auf das Video, weil ich war im Prinzip auf das Video oder den Livestream noch live. Was sehe ich? Dieses Video wurde von Partner oder mehrmals Partner den MCD-YouTube-Richtlinien gesperrt. Aus Urherberge-Richtlinien. Ähm, also... Ich weiß nicht mehr, was mit YouTube läuft. Aber es ist einfach behindert. Ich meine... Hier. Hier, du kleine Bildschalter. Warum sperrt ihr das Video? Warum... Ja gut, von mir jetzt kann ich den Titel ändern. Aber lasst es doch, ey. Ich drücke doch nicht kein Stück, der sich der verfickte Video löscht. Komplett blöd. Ja, und das mit auch mit zeige ich euch am Prinzip, was gerade im Livestream passiert ist. Das ist gerade im Livestream und das zeige ich euch bis gleich. So, meine lieben Freunde, hier bin ich auf Aufmerk Gaming. Wie ihr seht, hier ist der Livestream. Fiegt mir mal drauf. Und ja, was ist geschehen? Ihr seht es hier. Ja. Er hat... Ja, ich muss da... Die... Zeige ich dir mal scharf. Hier. Warte mal. Ja. So. Er hat die 70 Abonnenten erreicht, Leute. Und ja, ich... Ich hab hier im Livestream geschrieben hinguckt. Du hast 70 Abonnenten. Danke, bitte. Und ja, es war einfach, ich kann jetzt noch herschreiben. Hehehe. Mach... 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 Ich hab so viel Abos bekommen, Leute. Wenn ich noch heute noch 10 Abos kriege, dann hab ich wahrscheinlich mehr. Mach gerade ein Video über dich. Ich habe 50. Weißt du was? Müsst du rennst dazu, John? Mach gerade ein Video über dich. Hehehe. Bin gespannt, was du sagst, Leute. Wir sind jetzt im Live-Trad. Oh nein! Du bist mit der Elke gefahren. Hehehe. Nein! Das renken ich. Das Dorfgleich wird die Nachricht da sein. Wer ist jetzt alles noch beigetreten? Ich will das gleich lesen. Ich mach das bis sie da ist, bis gleich. Ich mach das bis sie da ist. Mach gerade... Spirit? Mach gerade ein Video über dich. Wegen... Ach so. Ein Video über mich. Nein! Nein! Was für ein Video? Nee! 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 Ich hab's. Hä? Ich hab's. Hä? Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Und ja. Lasst ein Abo auch da. Ich bin kurz vor die 80 Abonnenten. Also. Abonnieren. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Peace. Ciao. Ich hab's. Ich hab's.